Ganz oft wird gefragt, ob wir schon einen Namen für unser Baby haben. Wenn es ein Mädchen wird, dann haben wir zu 98% einen Namen. Und wenn es ein Junge wird, dann sind wir uns noch nicht so sicher. Worauf ich mich am meisten nach der Geburt freue, ist auf das Nachhausekommen. Das wird super besonders werden, da wir mit Rio nie nach Hause gekommen sind. Warum ist dein Bauch schon so groß? Du bist doch erst in der 17. Woche. Warum wird sich unser zweites Wunder mit Rio das Zimmer teilen? Wenn wir in Rios Zimmer gehen würden, dann wären wir einfach immer nur traurig. Und das möchten wir nicht. Wir möchten Rio in liebevoller Erinnerung behalten. Und wir möchten uns jeden Tag an ihn erinnern, auch wenn es manchmal schwer sein wird.